Imp hat auf mich reagiert und zwar auf ein 4 Minuten Video, 31 Minuten lang. Schauen wir mal, wie er das geschafft hat, ich bin sehr gespannt. Es wird gekämpft. Nathan hat Amaya weggecancelt, habe ich gehört. Ich habe auch gesehen, dass es bei Twitter einen Clip gab, aber dieser Clip... War 30 Minuten lang und Amaya hat die Hälfte der Zeit geschwiegen. Ging 41 Minuten und dann habe ich mir den nicht gegeben, war mir zu lang für einen Clip. Es war ein halbes VOD einfach. Hugo fasst uns das zusammen hier, einzig Hugo. Ich muss erstmal hier einhaken. Also das hier ist ja die englischsprachige Vergangenheitsform. Ich würde da einen T setzen. Also man kennt natürlich englische Endungen mit ED und Canceln ist ein englisches Wort, aber ich glaube, das ist falsch. Da muss ein T dran. Okay. Ja und ihr habt mich nicht abonniert. Ich werde gar nichts machen. Das war ein Anglizismus, aber es ist in der deutschen Grammatik drin. Deswegen macht da mal einen T hin. Cancelled. Danke sehr. Habe ich mich schon bedankt? Er hat mich nicht mal abonniert. Dementsprechend werde ich gar nichts tun. Bei Not Ninjado. Jetzt habe ich mich bedankt. Amaya Julie. 5600 Follower. Aus. Bei Neitern. Die hat sich glaube ich schon mit echt vielen Leuten gebieft. Aber das hier war dann der Sargnagel. Ich habe so grob gehört. Er ist irgendwie da in den Chat gekommen und hat gesagt, wozu sammelst du denn da Geld hier? Was soll denn das? Kannst du doch nicht hier Geld sammeln bei Twitch. Das macht man nicht. Ich habe jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich einen Berliner Dialekt. Neitern ist glaube ich Kölner oder sowas. Ist ja auch egal. Neitern ist Vulkistana. Keine Ahnung. Egal. Mal gucken. Wie würde das denn so Kölner sagen? Wie würde ein Kölner sagen, du darfst hier nicht um Geld betteln? Oder so, ne? Aber der redet doch mehr wie so ein Trucker eigentlich. Stimmt. Neitern redet, der hat gar keinen Dialekt, ne? Neitern redet eher so ein bisschen so, ne? Ja. Und dann macht er so eine ganz lange Pause. Wenn ihr mal mein Kind kennenlernen wollt. Aber nur wenn ihr auch ein veganes Kind habt. Denn vegane Kinder dürfen nur mit veganen Kindern spielen. Damit sich auch richtig schöne Bubble bildet und die Kinder nicht mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Demokratie. Können wir uns mal treffen vielleicht auf dem Spielplatz so. Und unsere Kinder voreinander setzen und sagen. Vegane Kinder schmecken besser. Mein Kind hat ne Möhre, dein Kind hat ne Möhre. Spielt doch mal. Mein Kind spielt super gerne. Meldet euch mal im Internet, wo wir alle so wohlgesonnen sind. Meldet euch mal, wenn ihr mein Kind treffen wollt. Und dann wurde wild darüber diskutiert, dass man gesagt hat. Ist jetzt hier vegane Ernährung, Ausschlusskriterium. Was soll das denn? Und bla bla. Und alle haben darüber geredet. Und ich dachte, das ist ja nicht der schlimme Teil der Geschichte. Der schlimme Teil. Tja, das habe ich ja auch gesagt. Ich muss sagen, ja, ich glaube, Nathan wird das überwachen. Und Nathan wird nicht jeder an sein Kind ranlassen und so weiter. Aber es ist allein schon weird. Es ist weird. Teil der Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob man zu Ninhans Verteidigung sagen könnte, dass er ja Autist ist. Und deswegen so soziale Dinge vielleicht ein bisschen besser, schlechter abschätzen kann. Das könnte man vielleicht sagen, aber hm. Ein Typ, der irgendwie seine Fenster zunagelt, weil er Angst hat vor anderen Streamern. Und dass jemand bei ihm zu Hause vorbeikommt und sagt, hey Leute, ich habe ein Kind. Wenn ihr es kennenlernen wollt, meldet euch doch mal. Das war irgendwie der Part der Geschichte, wo man dachte, wow. Amaya, Jolie und Nathan haben gerade die... Na toll, Hugo. Kannst du die nicht unten einblenden? Ich bleibe jetzt hier. Wehe, da kommt was oben in die Ecke. ...so lächerlichsten Beef, den man sich vorstellen kann. Der lächerlichste Beef. Der zu diesem heftigen Gefühlsausbruch von... Ich wette, es gibt einen lächerlicheren Beef. Meinungsblogger und super... Ja, natürlich. Was ist der lächerlichste Beef, den ihr euch vorstellen könnt? Ich weiß es gerade gar nicht. Doch, das kommt schon ziemlich hin. Aus der Pistole geschossen kommt es jetzt nicht. Der lächerlichste Beef, den ich bisher mitbekommen habe, weiß ich gar nicht. Kuchen gegen X war lächerlich. Die ganz lächerlichen Sachen, die werden ja gar nichts. Nathan vs. Baba, das habe ich gar nicht mitbekommen. Da gab es auch... Irgendwie hat Nathan Beef mit jedem, oder? Amaya im... Mit irgendjemandem ist Nathan bestimmt gut. Carl oder so im Stream führte. Der hat ihn aber adoptiert. Ich bin so enttäuscht von der linken Twitch-Szene. Ich bin so enttäuscht. Ich auch. Ich habe eine Frage, Amaya. Bin ich da mit gemeint? Frage für einen Freund. Ich bin bei Amaya, glaube ich, auch gebannt. Ich glaube aber, einige von denen, die mich gebannt haben, sagen schon, dass ich links bin. Sie finden mich nur aus anderen Gründen scheiße, oder so. Imp vs. Agitator. Sehr lächerlich von Imp. Was hat denn Imp gegen den Agitator gemacht? Also, ich würde es so ein bisschen begrüßen, ja, weil ich habe beim Agitator schon häufiger mal Probleme, aber... Aber, ja... Hallo Siri, willst du mich heiraten? Ja, warum denn nicht? Danke, Tripmastermonkey. Also, was wir hier sehen, generell, Tipp an alle Streamer, YouTuber, was auch immer. Wenn ihr so richtig aufgelöst seid und ihr seid den Tränen nahe und ihr merkt gerade, euch geht es gerade wirklich scheiße. Macht den Sabaton. Also, selbst wenn man gerade den Sabaton macht und sowas verspricht, das ist auch okay, wenn man dann sagt, Leute, mir geht es gerade so scheiße. Hat Amaya, to be fair, dann auch irgendwann gemacht. Auch mal zehn Minuten, dann drückt man auf Pause, dann geht man kurz, dann wischt man... Das hat sie fünfmal gemacht. Man einmal ab und wenn man sich dann noch nicht ab... Also, das ist natürlich nicht lustig, aber sie hat das mehrfach gemacht in diesem Clip. Das war nicht mehr rausgeschnitten in dem Clip. ...abgeregt hat, dann kann man ja auch irgendwie mit einem traurigen Gesicht und ein bisschen in der Kula-Träne hier hinkommen und sagen, sorry, Leute, geht gerade nicht weiter. Tschüss, ich stream heute nicht mehr. Das ist okay, oder? Weil ich glaube, vor Kamera heulen geht fast immer nach hinten los. Es ist jetzt ein nett gemeinter Ratschlag. Also, es soll jetzt keine Verhöhnung oder so sein. Ich glaube einfach nur, man tut sich selten einen Gefallen damit, weil genau die Leute, die einem nichts Gutes wollen, werden das Screenshotten und Clips machen und man wird das nicht mehr los, sondern die kommen dann immer wieder und sagen, hier, guck mal, da hast du mal geheult, haha, lustiges Meme und so. Also, also, das Messern, weiß ich nicht. Es wird gerade jemand, ich sagte gerade jemand im Chat, Rezo kamen gestern im Stream auch die Tränen, weil dein Song so bewegend war. Aber das ist ja was anderes. Ja, das nutzt auch keiner gegen ihn. Oh, ich hatte einen Schreibfehler im Titel, habe ich gerade schon geändert. Alles gut. Also, ich finde, wenn du, ähm, also, wenn du irgendwie berührt bist von der Musik oder so, das ist was völlig anderes. Das ist, äh, ja, aber, also, wenn du wirklich so aus Trauer weinst, weil du dich verraten fühlst von den anderen, da gab es jetzt schon mehrere Beispiele, dass, das, oh, das, das schießt meistens nach hinten los. Das ist, äh, ich guck mal gerade, ach, hier sind noch öfter Neiternbilder unten in der Ecke. Ich bleib hier oben. Ich bin so enttäuscht. Ich find das immer, also, sorry, ich find Sabathons nach wie vor komisch. Ich mach das auch nicht, weil, äh, äh. Ich würde sowas auch niemals machen, wirklich, Sabathons sind so komisch. Niemals werd ich sowas machen. Bei 10.000 Followern, Leute. Also, na, wenn man jetzt hier so eine, schon so eine große Preistabelle im Stream hat und dann steht da irgendwie der Sub so viele Minuten, der Sub so viel, ey, das würde mir, ich würde mir da so komisch bei vorkommen. Weiß ich nicht. Ich will, wie gesagt, ich will ja streamen, wenn ich da Bock drauf hab. Wenn ich denke, heute fünf Stunden streamen und, ne, ich fühl mich nach fünf Stunden noch gut, dann werden's auch mal sechs oder so, aber wenn ich mal eine Stunde streame und denke, ne, heute ist irgendwie die Luft raus. Hast du nicht schon mal einen gemacht? Ähm, doch, ich hab schon mal einen Sabaton gemacht, bei 1000 Followern. Und bei 200, glaub ich. Das waren beide Sabathons. Nur der erste quasi mit 24 Stunden schon gestartet. Dann mach ich aus und sag, wir sehen uns morgen. Das ist, find ich, der Nachteil am Sabaton. Du hast dann vielleicht schon irgendwie Kopfweh und kriegst keinen geraden Satz mehr raus und willst eigentlich mal irgendwie Sport machen, willst mal rausgehen, frische Luft oder so, aber du bist an deinen Stuhl gefesselt, weil die Leute dich da dran gekauft haben. Das ist irgendwie so ein Konzept, das will ich gar nicht machen. Das ist ein Wichser. Mittlerweile hat sie deswegen sogar ihr Profilbild gelöscht und alle VODs offline genommen. Was da in der Vogue-Bubble schon wieder vor sich geht, schauen wir uns heute an. Das Ganze fing damit an... Amaya freut sich schon ein bisschen, ne? Was da in der Vogue-Bubble schon wieder vor sich... Guck mal, achtet mal auf den Mund hier, ne? Amaya hat geheult, hat Stress mit Neidern. Smile. ...geht, schauen wir uns heute an. Das Ganze fing damit an, dass Amaya vor kurzem einen... Entschuldigung, soll ich im Video böse gucken? Kann ich gar nicht auf... Sabaton gestartet hat. Also einen Stream, der sich mit Geldspenden immer weiter verlängern lässt. Mit der Ankündigung, dass sie das... Some hugus just wanna see the Amaya burn, oder? ...dadurch eingenommene Geld für eine Operation braucht. Ihr müsst nämlich wissen, Amaya... Es ist aber eine Schönheitsoperation, mehr oder weniger, ne? Also Amaya wird wahrscheinlich mir da widersprechen, tut mir leid, aber es ist, äh... Kosmetisch, um ein psychisches Leiden zu vermindern, ich glaub... Sprech mal mit Tobias Huch drüber. Es geht um Stimmbänder, oder? Also es ist jetzt nicht, dass Amaya irgendwie Krebs hat oder so, ne? Sondern Amaya hat, äh... Das erklär ich gleich, Imp. Amaya findet ihre Stimme zu tief und möchte gerne, glaub ich, nach Korea fliegen, um die Stimmbänder verändern zu lassen. Äh, nach Südkorea, ne? Amaya ist eine Transperson und die Operation soll dafür sorgen, dass ihre Stimme weiblicher klingt. Sie bezeichnete diese Operation als lebensnotwendig. Daraufhin schrieb Naitan Amaya auf Discord, dass eine solche Ankündigung, dass man eine lebensnotwendige... Danke sehr rund, Quader. Danke für 151 Bits, genauso viele wie es Pokémon gibt. Und alles darüber lass ich nicht gelten. Ja, lebensnotwendig. Aber ey, das ist der gleiche Naitan. Naitan, das ist der gleiche Naitan, der mir einen erzählen wollte von, äh, Trans... Ins böse Korea. Der geht wirklich... Warte mal, die geht wirklich nach Nordkorea? Nein, oder? Die geht nicht für ihre Stimmband-OP nach Nordkorea. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Also wenn ihr mir das jetzt erzählt, dann verliere ich den Glauben. Na gut, an was auch immer. An irgendwas verliere ich dann den Glauben. Die geht nicht wirklich nach Nordkorea, oder? Ja. Die geht erst nach Südkorea, ins böse Korea? Na, wenn man hier manche fragt... Personen haben ne... Wenn man Naitan fragt, dann ist das das böse Korea. 40-prozentige Todeswahrscheinlichkeit, oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall so eine wahnsinnig hohe Zahl. Da hat der... Wenn man was? Wenn man was macht? 40-prozentige Todeswahrscheinlichkeit. Der mir einen erzählen wollte von, äh, Trans-Personen haben ne 40-prozentige Todeswahrscheinlichkeit, oder... Ne, die haben Suizid-Versuchsrate, ist glaube ich... Irgendwie sowas. Auf jeden Fall so eine wahnsinnig hohe Zahl. Da hat der... Also da hat Naitan... Nordkorea ist doch kommunistisch allzu gut. Glaube ich auch. Selber gesagt, ey, wenn man da irgendwie... Da muss man ganz auf Eierschalen gehen. Wenn du da irgendwas falsch machst, die bringen sich jeden Moment um. Ne, und dann hat er da eine sitzen, die sagt, äh, mir geht das so schlecht, ich bringe mich jeden Moment um. Und dann kommt Naitan und sagt, naja, komm. Also. Also, ne? Das ist der gleiche Typ. ...dringens rettende OP braucht. Kleine Frage, wie findet ihr eigentlich den Kamerastil? Weil ich hab jetzt ne... Wenn andere was anderes behaupten, haben sie einfach Unrecht. Danke für den Follow. Ähm. Wie findet ihr den Kamerastil? Ich hab hier nämlich ne LUT draufgelegt. Gefällt euch der Kamerastil? Dafür sorgen könnte, dass man Zuschauer emotional unter Druck setzt und diese mehr Geld spenden, als sie eigentlich können. Und so leid es mir tut, aber ich muss Naitan hier zustimmen. So die Farben und so weiter. Mehr Farbton vom Rand nicht. Gut. Ein derartiges Dilemma aufzumachen. Entweder ich bekomme das Geld für die OP. Sieht zu kontrastreich aus. Die Farben müssen ein klein bisschen heller sein. Ja, ich bin halt so farbenblind. Ich hab mir irgendeine LUT runtergeladen, damit es ein bisschen nicht so aussieht wie Out of the Box. Oder ich muss... Schau mal ins neueste Video ran, ob es da passt. Sterben ist den Zuschauern gegenüber einfach nicht wirklich fair. Das Gesicht sieht einfach stark weich gezeichnet aus. Äh. Aber sonst? Sorry. Ähm. Ja, ich werd mir meine Kamera in Zukunft in 8000K kaufen, damit das Bild nicht mehr zu geweichzeichnet aussieht für euch. Stimmig zu. Soweit. Allerdings, ähm, ich glaube, was man leicht vergisst, ist die ökonomische Situation der einzelnen Figuren. Also, ähm, das soll jetzt keine Recht... Ich werd mir ne Red-Kamera kaufen. Im Stream sieht's, äh, super aus. Ja, ja, ich werd mir ne Red-Kamera kaufen, weil das ist halt das Bild, was aus meiner Kamera rauskommt. ...Bertigung sein. Ich will jetzt nicht sagen, Amaya hat da recht. Ich würd das auch nicht machen. Ähm. Man muss nur bedenken, äh, Hugo ist, soweit ich weiß, relativ reich. Beziehungsweise wohlhabend. Oder... Woher kommt das? ...seine Familie, also... Ich-Ich weiß nicht, warum verbreitet impf sowas? Weil Naitan das behauptet hat? Von dem, was er so postet, da sieht man ihn auf dem Kreuzfahrtschiff, dann fliegt er irgendwie nach Amerika und besucht da Familie, dann kauft er sich irgendwie teure Technik, obwohl das, ähm, ne, ist direkt schon mit teurer Technik gestartet. Eigentlich nicht direkt. Guck dir meine Videos von vor zwei Jahren an. Wo war da teure Technik? So, die eigentlich ja noch nicht wieder reingekommen sein kann. Also, Hugo, äh... Mittlerweile dürfte alles wieder drin sein. Hugo geht's finanziell, glaub ich, echt nicht schlecht. Ne, das stimmt aber. Das stimmt. Und Naitan weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht bewerten. Soweit ich weiß, äh, hat Amaya nicht viel Geld. Amaya ist, glaub ich, äh, ziemlich arm. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ich glaube, ich hab da so rausgehört, dass Amaya nicht viel Geld hat. Und, äh, ich glaube, dann geht man auch anders da dran. Dass man, äh, eine andere Notwendigkeit sieht. Ne, also, wenn jetzt ein Hugo die OP haben wollen würde, könnte er die vielleicht einfach kaufen. Ähm, weiß nicht, wie viel Geld der hat. Ich glaub, die OP, das war irgendwie, wie viel, wie viel tausend Euro war das, äh, angesetzt. Ne, natürlich ist das, äh, ist das irgendwie ein Luftschluss. Du wirkst schon ein bisschen elitär. Alter, wer, wer nochmal so Verschwörungstheorien hier im Chat verbreitet, wird gelöscht. Äh, und gebannt für immer. Wenn man dann, äh, wenn man dann da sagt, hier, ich hätt gerne 10.000 Euro in... Was ich euch aber ziemlich sicher sagen kann, ich war, war nicht auf der, auf der Party in Sylt. Einen Monat durch streamen oder so, also, das kriegen, ne, nicht mal Streamer, die deutlich größer sind zusammen. 10.000 Euro, ja, also, da, das, äh, da müsst ihr schon eine gewisse Hausnummer an Zuschauerzahlen haben, damit das irgendwie realistisch wird. Ähm, keine Ahnung, über welche Zeit Amaya sich das zusammensparen wollte, aber, äh, ne, ich glaube, ich glaube, äh... Weil Hugo seine eigene Party in Sylt hat. So ist es nämlich. So ist es. Hugo, Amaya und Nathan haben alle drei ein unterschiedliches Verhältnis zu Geld. Um, ähm, jetzt werde ich hier gerade aus dem Chat zum Lachen gebracht, das war nicht über die Situation. Ihr seid, ihr seid solche Penner im Chat, also. Aber Amaya reagierte folgendermaßen, als sie die Nachricht auf Discord im Stream las. Hab ich, hab ich da einen Erlauben? Imb verdient doch auch nicht schlecht, ja, safe nicht. Ich glaube, ich glaube, Imb macht, hat gerade mehr Geld so selber zur Verfügung als ich, aber ich bin ja auch jünger. Um es darüber, das, das öffentlich auszusprechen, was ich, was ich gerade denke. Das Doofe ist halt, ne, also, was man hier sieht, Gespräche, die eigentlich off-stream stattfinden sollten. Ne? Ähm, Amaya ist gerade nicht in der Verfassung, hier nennen wir es jetzt mal eine Sendung zu moderieren oder wie auch immer, aber irgendwie vor Kamera und Mikro da zu sitzen und was zu erzählen, ja. Aber man merkt Amaya an, die ist, die ist aufgerührt. Ja, der geht's nicht gut. Imb ist so ein weichgespülter geworden. Eigentlich sagt man ja Journalisten, wenn die einen Interviewpartner haben und die merken, das Interview tut dem Interviewten nicht gut, dann gibt's so einen Journalisten-Ethos, dass man irgendwie sagt, dann machen wir das nicht, dann senden wir das nicht, wir brechen das Interview ab oder sowas. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn die Leute ihr eigener Journalist sind und sich quasi selber interviewen und das ihre Einnahmequelle ist und sie arm sind, dass sie sich dann vielleicht selber zu Sachen zwingen, die sie eigentlich hätten abbrechen sollen. Ja, das stimmt aber. Also man kann die Leute nicht immer vor sich selber schützen, erst recht nicht, wenn man wie in Amayas Fall daran gebunden ist. Wie gesagt, ich kenne ihre finanzielle Situation, ich habe auf jeden Fall öfter mal gehört, dass sie schon länger irgendwie Geldsorgen hat. Ob das jetzt, wie wichtig jetzt diese Operation für ihr Wohlergehen ist, kann ich nicht bewerten, weiß ich nicht. Aber ich meine, ich müsste mich halt nicht hinsetzen und so einen Timer dahin machen. Ich könnte natürlich auch mal irgendwann einen Sabaton machen. Ja, also wie gesagt, ich habe den Sabaton damals nicht nur wegen Geld gemacht, sondern hauptsächlich deswegen, weil ich halt stolz auf die 1.000 Follower war. Oder waren es 1.000? Waren es 500? Und 200? Keine Ahnung. Auf einen Bar-Follower war ich auf jeden Fall stolz. Und dann dachte ich, mache ich doch einen Stream, kriegt man vielleicht mal ein Rate rein. Hat auch funktioniert beim zweiten Mal. Und sagen, ja Leute, 1 Euro, ich streame eine Minute länger oder sowas. Könnte ich machen, ja. Aber ich muss es nicht. Ich bin jetzt auch nicht reich, aber es ist genug. 200 und bei 1.000? Nee, ich glaube ziemlich sicher nicht bei 1.000. Geld da, dass ich das nicht machen muss. Und bei Amaya anscheinend nicht. Deswegen, das hat man bei Shoyoka auch gesehen. Die hat so lange Pause gemacht und ihre Ersparnisse aufgebraucht. Dass sie irgendwann gemerkt hat, fuck, ich muss an Geld kommen. Es gibt doch diese Sabathons. Da kann man in kurzer Zeit viel Geld machen. Dann fängt sie das an und merkt, es tut ihr nicht gut. Ein Blick in Amayas Amazon-Wishlist. Kannst du mir mal den Link schicken per Flüsternachricht? Hier sehen wir das Gleiche nochmal. Die machen einfach des Geldes wegen Sachen, die ihnen nicht gut tun. Und steigern sich immer weiter rein. Man merkt ja auch, wenn der Amaya da sitzt, die ist ja schon angespannt. Und dann kommen noch so Sachen obendrauf. Da kommen Chat-Nachrichten, da kommen Discord-Nachrichten. Das staut sich immer weiter. Man hat noch diese Live-Situation. Ich glaube, das hat sich einfach hochgeschaukelt durch diese Zwänge auch. Und durch diesen Druck, oder? Amaya kann jetzt nicht einfach die 10.000 Euro aus der Portokasse nehmen, so wie Hugo das vielleicht könnte. Also, das Ding ist, ich habe kein Problem damit. Wenn es so wäre, ist es ja nichts Schlimmes. So. Ich weiß noch nicht, warum man das ohne irgendeine Grundlage im Internet so verbreiten muss. Also, es stört niemanden. Ich finde es jetzt nicht schlimm an sich. Aber trotzdem. Wie gesagt, ich kenne den Kontostand von allen nicht. Es ist so eine, ne? Es ist eine Vermutung. Musst du meine Erlaubnis nicht hören? Nein, ich finde es schon nett. Ich meine, du hast mir das privat geschrieben, aber... Amaya meinte daraufhin, dass sie doch betont hätte, dass nur... Ach, Mann, scheiß drauf. Ja, hier der Link wurde gerade versucht, in den Chat zu schicken. Funktioniert nicht wirklich. Äh, alles gut dann. Zuschauer spenden sollen, die genug Geld haben. Ja. Was halt... Das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Das sind wieder Sachen, die kann man, die kann man sagen. Ne? Schön wär's. Ich sag das auch manchmal. Aber es ist genauso, wie wenn ich sage, diese Figuren, die wir uns hier im Stream angucken, bitte geht da nicht hin und schreibt da eine Bedrohung. Was mach ich denn, wenn das doch einer macht? Was mach ich denn, wenn ich sage, bitte gebt mir nicht euer Geld, wenn ihr nicht könnt? Und dann sagt einer, ey, ich bin Millionär, ey, ich bin Millionär, kein Ding, hier sind 100 Euro und dann ist der gar kein Millionär, sondern ist vielleicht verschuldet. Kann ich nicht sehen, geht nicht. Ist das nur bei mir asynchron? Ist das nur bei mir asynchron? Was ist asynchron? Ich oder Imp? Bin ich asynchron? Das kann ja niemand überhaupt irgendwo sehen. Also, ob man jetzt Geld an einen Streamer verschenkt, ob man irgendwie, weiß nicht, auf eine Veranstaltung geht, die Geld kostet, ob man sich irgendeinen Gegenstand kauft oder irgendwas. Du kannst ja bei Leuten nicht überprüfen, können die sich das gerade leisten oder nicht. Das können die nur selber. Okay, wartet mal. Wir haben den Link. Oh, sorry, ich muss den Link richtig kopieren. Nachricht kopieren, hier, sorry. Hä? Okay, warte, ich muss... Ich könnte das vielleicht sehen, aber wenn ich hier jetzt sage, ey, wenn ihr kein Geld habt, dann subbt lieber nicht. Wenn das einer doch macht, kann ich, ne, ich weiß es ja nicht. Ich kenne eure Kontostände nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das leisten könnt oder nicht. Sagt gerade jemand im Chat, bin leider Student mit wenig Geld. Wenn ich wieder voll arbeiten gehe, werden die Barren... Hier ist der Link, wartet mal. Okay, es ist nicht meine Adresse geleakt. Alles gut. So, was haben wir hier? Wir überprüfen einmal kurz die Liste, was wir hier kaufen können. Okay, sie will... Warte mal, das ist wirklich Amayas Wishliste. Also, Amaya möchte ein... Ein... Was ist das? Ist das so ein... Ach, wie heißt das Ding? Gimbal? Sie möchte ein Mikrofon. Sie möchte noch ein Mikrofon. Sie möchte... Eine Kaffeemaschine. Sie möchte noch eine Kaffeemaschine. Sie möchte... Sie möchte... Ein Autonavi. Ein Teleprompter. Ein Kameraadapter. Und dann möchte sie noch so ein paar... So ein paar... Günstige Objektive. Also wirklich günstige. LED-Streifen. Staubsaugerroboter. Eine günstige Kamera. Günstiges Licht. Naja, ich meine... Es sind jetzt nicht... Warte mal. Die hat jetzt nicht wirklich ein Apple-Studio-Display für 2000 Euro hier drauf. Also warte mal. Ein Display für 2160 Euro. Mein PC und all meine Monitore zusammen kosten nicht mal so viel. Das kostet ein Display, was sie sich von ihrer Wishlist wünscht. Ja, Schnapper. Also mein... Mein PC-Setup kostet zusammen genommen nicht mal so viel. Hier reingepumpt. Ja, mach wie du willst. Mach wie du es für richtig hältst. Also... Ich würde auch sagen, wenn ihr... Wenn ihr selber nicht viel Geld habt, dann behalten... Guter Monitor ist teuer, aber Apples Abzocke. Ja, ich habe leider keinen guten Monitor. Das ist für euch. Wenn ihr was über habt, könnt ihr es gerne da lassen, müsst ihr aber auch nicht. Ich will hier keinen zwingen. Doch, müsst ihr. Ihr müsst. Macht wie ihr wollt. Pay what you want. Funktioniert ja auch. Ich habe Glück gehabt. Bei mir geht es, ja. Aber... Ja, ihr macht halt auch Unterhaltung im Vergleich zu Amaya. Gut, bei Amaya weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich selber reden würde, wenn ich hier verschuldet wäre oder sowas, ne? Halt bei der Ankündigung, dass man... Guck mal hier, Andrasta hat zum Beispiel zu viel Geld. Deswegen macht er hier Umverteilung und gibt mir das. Ich weiß aber nicht, ist Andrasta reich oder nicht? Ist es mit Klana gekauft, falls es geht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, aber... Danke sehr Andrasta für fünf Subs. Vielleicht, hoffentlich geht es an irgendwen, der es sich sonst nicht leisten könnte. Wenn man eine lebensnotwendige Operation braucht, wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel hilft. Neid? Ausgeschmissenes Geld irgendwie. Sailor sind überbietet mit sieben. Bitte lasst euch jetzt nicht anstacheln, ja? Und das ist auch keine Ironie, damit ihr das doch macht. Also... Doch bei mir ist es schon ernst gemeint. Also ihr sollt wirklich jetzt Geld da lassen. Jetzt steht, ihr habt fünf Gifts... Möchte das gar nicht. Gifts verschenkt oder sieben oder null. Das... Ich hab euch alle lieb, ja? Ich hab auch Quasselquocker lieb, auch wenn ich weiß, der hat wenig Kohle und ich verlange auch nicht, dass der hier's habt. Ich find das auch okay, wenn jemand anders dem einen schenkt, aber... Also irgendwer sollte schon reinkommen und jemand... Der hat schon, also alles gut. Dann entgegnete daraufhin, ja, aber das ist ein dermaßen krass emotionalisierendes... Junge, warum... Also... Ich hoffe, das ist ein Meme. Ist das ein Meme, dass der eingeblendete Chat in Comic Sans ist? Ich hoffe, das ist ironisch gemeint. Ich hoffe, das ist ein Joke. Thema, dass Leute dennoch spenden. Das musst du doch wissen. Na sowas. Hier für dich und Besos. Danke sehr. Jeff freut sich auch. Der Rodo wieder, den kennen wir doch. Ich hab den grad an der Leitung gehört. Jeff Bezos ist übrigens nicht mehr der reichste Mann der Welt, ne? Guck mal hier. Forbes, Billionaires. Mein man Jeff, ja. Hier, der oben, der große, der große Chef von Twitch, der große Beherrscher von Amazon und im Namen des Amazos... 1,2 Milliarden sind Peanuts. Es ist Kleingeld. Julia unterstrich guckt unterstrich zu schickt 5. Danke für 5 Bits. Das ist wirklich Kleingeld. Mein Spaß. Danke dir. ... des Twitches und des heiligen Bezos. Mein Man, Jeffrey Bezos, der ist nicht mehr der reichste Mann der Welt. Warum funktioniert denn das nicht hier? Warum kann ich denn... Tschösch! Danke sehr, SickRabbit. Danke sehr, SickRabbit. Danke, dass ihr mithelft. Hier, guck mal, wer oben ist. Er hier. Bernard Ornon. Der Louis Vuitton-Mann. Wir müssen doch gemeinsam mithelfen, dass Jeffrey wieder auf die Eins kommt, oder? Wenn jemand komplett dummer aus sagt. Wer ist die Frau da? Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Wer ist die Frau da? Danke, Kalle, für deinen Re-Sub im siebten Monat mit Prime-Sub. Das bedeutet, du hast Bezos sogar ärmer gemacht, weil du ihm Geld weggenommen hast. Prime-Sub nimmt Bezos Geld weg im Gegensatz zu einem richtigen Sub. Das gibt ihm Geld. Oder? Platz drei. Hallo? Also wenn ihr jetzt überlegt, kauf ich mir eine Louis Vuitton-Handtasche oder kauf ich mir einen Sub bei Imp? Sollte doch klar sein, wir müssen doch Jeffrey auf die Eins kriegen. Guck mal, der sieht so lustig aus, der muss doch auf die Eins. Der sieht ja langweilig aus. Das ist einfach ein ganz normaler Franzose, ne? Aber Jeffrey ist halt auch ein Meme-Lord, ne? Hier. Seine Yacht hat eine Yacht übrigens. Also Jeffrey Bezos hat so ein großes Schiff, da kommt ein kleineres Schiff rausgefahren. Und das... Cringe, wer nicht auf der Yacht, in der Yacht noch eine Yacht hat mit Helikopterlandeplatz. Ey! Wenn jemand komplett dummer aus sagt... Wer ist die Frau da? Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Danke für den... Wenn jemand komplett dummer aus sagt... Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? Danke für zwei weitere Subs. Also ein Prime und ein nicht Prime. Oder doch, ne? Es sind beide Prime. Der eine im dritten und der andere im ersten Monat. Danke euch. Also ich finde, dass die Yacht auf der Yacht muss im U-Boot mindestens noch einen Helikopter haben. Alles andere ist peinlich. Zählt alles als Yacht. Guckt ihn euch doch an. Hier, dieser arme Mann hier, der braucht euer Geld. Subs, Bits, alles was ihr könnt. Er verdient jedes Mal mit. So ein bisschen. Also wenn Twitch gut läuft. Twitch hat ja auch Serverkosten, ne? Wenn ihr nur ein bisschen Bits gebt. Und es kommen nicht genug rein. Das sieht einfach aus wie das Stonks-Meme, oder? Ist glaube ich sogar die Vorlage dafür. Jeffrey ist einfach... Also ich will, dass Jeffrey wieder auf die Eins geht. Ich suche euch was raus. Hier. Ah ja, hier. Das ist... Dieses Video habe ich gesucht. Ja, wirklich bester Mann. Wenn... Also dieser Mann hier, ja? Der kann ja wohl nicht... Das Ende ist glaube ich das Spannende. Der kann ja sich wohl nicht mit dem dritten Platz begnügen. Hört euch das mal an hier. Wie er die Roboterhände bedient. Wenn Jeffrey wieder in der Forbes-Liste auf Platz 1 ist, dann kriegt er diese Roboterhände. Und die werden noch auf Rädern montiert. Und der fährt dann in sämtliche Krisengebiete der Welt. Ich werde... Warum bedient der Roboterhände? Auch ganz gerne. Aber ich glaube ich werde da nicht ankommen. Nee, ich werde da nicht gerne. Ich würde kein Milliardär werden wollen. Also ich sag's euch wie es ist. Millionär würde ich annehmen. Ja. Das ist ja... Das ist ja noch bescheiden. So. Oh, bei uns nähert sich ein Hype-Train. Ihr habt noch zwei Minuten. All euer Geld jetzt. Wenn ich mir... Weiß nicht. Ein Haus und Wohnmobil von holen oder sowas. Aber also wenn ich Milliardär... Es ist ja... Also eben so... Ja, der andere Typ, der ist ja reich. Auch eben... Ja, Millionär ist ja noch bescheiden. What up? Yeah. I'm getting money. I'm getting money. Danke sehr, Berlinal, dass du Besos auch teilhaben lässt. Und danke, Twiggy. Dieser sympathische Mann muss auf die Eins. Willst du mich lösen? Ja. Nein, danke. Ich kann das immer mit meinen Händen hören. Das ist geil, oder? Wie er so gigantische Roboter-Hände hat. Der lacht immer so geil. Der klingt ein bisschen wie... Wie Bowser von Mario 64. Wird Chefs Friseur, ey. Ich würde mich nicht wundern, wenn er tatsächlich einen hätte. Irgendwie einen, der die Stoppeln abrasiert und ihm irgendwie ein nettes Kokosöl darüber reibt. Oder sowas. Reiche Leute haben... Die haben angestellt. Ja gut, aber eine Glatze kann man sich so leicht jetzt auch nicht selber rasieren, oder? Eigentlich. Also ich glaube, man braucht... Actually braucht man auch... Also muss man doch auch da zum Friseur gehen, oder? Vergeht ein Blödsinn. Also... Ja gut, ein Angestellten Friseur... Ja gut, wahrscheinlich ist Jeff Bezos schon. Wenn ihr das mal wisstet, ne? Das ist so ein Milliardär, was der... Außer Warren Buffett so... Der sitzt auch immer noch in der gleichen kleinen Wohnung wie sonst, wenn das denn stimmt, ne? Aber... Ähm... Also... Oder... Oder... Also wenn ich jetzt hier über reiche Leute rede und Twitch, ne? Kennt ihr hier? Ich habe den, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen. Es gibt hier so einen Streamer. Diesen hier. Asmongold. Ja, kenn ich. Der war sehr weit oben bei Twitch. Der ist stinkreich. Ja, der ist hier immer... Ja, so englischsprachiges... Twitch ist der Platz... Platz irgendwie... Top Ten unterwegs. Und seine fucking Wohnung sieht so aus... Hahaha... Hahaha... Was ja Baste ist. Der wohnt einfach... Der wohnt einfach in der Schanze, der Mann. Hahaha... Der wohnt einfach... Einfach in so einer Richtung... Aber er hat auch immer noch so einen hässlichen Video-Hintergrund. Das finde ich auch gut. Gegen Ranzbude... Und schmeißt seinen Müll irgendwo hin. Hahaha... Der ist garantiert Multimillionär. Ja, aber der wohnt in so einem kleinen scheiß Dachgeschoss und schmeißt irgendwelche Pappbecher in die Gegend. Hahaha... Danke sehr. Ich habe hier von... Äh... Sick Rabbit habe ich... Äh... 420, die an Bezos vorbei... Aber der Typ ist auch total weird. Ja... Mh... Damit ich den auch irgendwann überholen kann, ne? Danke sehr. Und... Der hat mein tolles Video, Why I have a simple life gemacht. Kann man sich mal anschauen. Amaya reagierte folgendermaßen darauf im Stream, was die Situation nicht wirklich verbesserte. Ja, Amaya hat geheult und geschluchzt und geschrien. Das ist im Internet generell oft eine doofe Idee, aber ich... Wie gesagt, ich glaube Amaya... Das meinte ich aber nicht. Das tat mir eher leid. Amaya ist gerade nicht so in der Verfassung... Ähm... Ja, alles so... Von oben gesetzt zu beurteilen. Also, ich weiß auch nicht, ob ein Hugo oder ich das nachvollziehen können, wie sich Amaya fühlt. Ich white knighted die ganz schön, dieses Video, ne? Aber es ist halt... Wenn man dann geistig, ähm... Total... Stabil ist... Und dann jemandem, dem es gerade richtig scheiße geht, sagt... Also, das sollte man aber wirklich nicht machen. Mh... Das habe ich ja nicht gesagt. Ich sage nur, dass es die Situation nicht verbesserte. Was ja... Ein Fakt ist. Das ist halt... Ja... Sollte man nicht. Klar, ne? Aber... Wir haben ja gesehen, wie aufgelöst Amaya ist. Dann hinterher zu sagen... Also, du hättest aber ja wirklich anders reagieren können. Das ist, glaube ich... Mein Zimmer ist genauso stylish wie von Aseman Gold. Ey, bitte. Meine Wohnung ist schön, ja. Nathan ist auch nicht ganz stabil, richtig. Ich glaube, Hugo ist der Stabilste von den dreien. Ist halt auch noch der Jüngste, ne? So ein Debate-Bro so ein bisschen. Deswegen kann das natürlich dämpfen. Was sagt der die ganze Zeit über mich? Wertet der das dann irgendwie aber an sich? Also, ich glaube... Ich glaube, Amaya und Nathan, die haben beide schon so mit gewissen... Mit gewissen psychischen Problemen zu kämpfen. Deswegen weiß ich nicht, wie man die an normaler Rationalität bewerten kann und sagen kann, Genau, das macht man aber nicht. Das ist ein dermaßen krasses emotionales Thema. Siehste... Nathan, weißt du was? Stimmt, das ist ein emotionales Thema. Dann mache ich das einfach nicht. Und lebe einfach mein Leben genauso wie bisher. Wenn also ein krebskrankes Kind GoFundMe hat, weil die Eltern sagen, ey, mein Kind stirbt, dann dürfen die das nicht machen, weil das ist ein zu emotionales Thema. Wie gesagt, also... Wenn man jetzt mit völliger Rationalität von außen rangeht und sagt... Ja, aber ich kann es doch nicht emotional bewerten. Sorry, ich bin empathie-los. Ey, Amaya, eine Stimmband-OP und Krebs... Ist vielleicht nicht auf einer Stufe. Soll ich das... Wie genau soll ich denn das emotional jetzt bewerten? Natürlich, ja. Kann ich ja nicht. Von unserer Perspektive aus... Ich glaube, Amaya ist gerade halt einfach nicht komplett stabil. Ja, deswegen sagt man dann vielleicht auch mal Sachen... Guck mal, ihr seht doch... Wenn ihr ihr ins Gesicht guckt, ihr seht doch, da kullern die Tränchen. Ja, die ist gerade... Im Streit sagt man vielleicht mal Sachen, die man nicht so gemeint hat. Oder wenn man irgendwie komplett aufgelöst ist. Wenn man die Welt nur noch in dunklen Farben sieht. Und denkt, alles geht den Bach runter. Mein Leben ist scheiße. Und man guckt in den Void rein. Und man sagt den Leuten dann... Ja, aber das macht man aber nicht. Ja, okay. Ich weiß halt nicht, wie genau hätte ich mich denn sonst zu äußern dürfen. Ich hatte nicht mal das Gefühl, sonderlich gemein zu sein. War ich gemein in dem Video? Das ist wie wenn man, weiß nicht... Man sieht einen obdachlosen Trinker auf der Straße und sagt... Also wenn du dich mal rasieren und nicht so viel Alkohol trinken würdest... Dann könntest du dir auch eine Wohnung und einen Job holen. Könnte man vielleicht. Kann nicht jeder. Deswegen... Also ich glaube, was hier für Amaya am besten wäre... Erst mal Stream ausmachen. Und ja gut, die brauchen halt Geld. Wir sind in einem scheiß System. Es hat halt nicht jeder Geld. Und manche Leute können... So eine OP aus der Portokasse gar kein Problem. Und manche Leute können das nicht, ne? Also ich möchte ja gar nicht absprechen, dass ihr diese Operation wichtig ist. Aber das jetzt mit krebskranken Kindern zu vergleichen... ...oder sogar gleichzusetzen, halte ich doch wirklich für gewagt. Ja. Und das alles wegen einer einzigen Privatnach... Stimmband-OP zahlt die Kasse, sagt gerade jemand aus dem Chat. Bist du dir da sicher? Ist glaube ich wirklich so. Sicher? Unter welchen Umständen? Äh... Dieses Verständnis hätte Imp bei Rechten aber nicht. Warum? Ich weiß gar nicht, ob Imp Amaya überhaupt als Linke sieht. Also... Ich weiß nichts über Amayas Krankenakte. Deswegen kann ich mir da kein Urteil bilden, was da die Kasse zahlt und was nicht. Ich weiß nicht, ob Amaya das Geld wirklich dafür verwendet, wie viel Geld man dafür braucht, das weiß ich alles nicht. Ich nehme Amaya nur gerade wie jemand wahr, der halt nicht so auf der Höhe ist. Ich nehme Amaya wie jemand wahr, der halt gerade komplett aufgelöst und ist uns... Wenn, weiß ich nicht, ne... Jemand... Also seien im Grunde von jemand jemand... Eine Frau, die ihr Leben gerade nicht so gut auf die Reihe kriegt. Ja? Ist jetzt auch nicht wertend gemeint. Bevor du bei der Kostensache möglicherweise was Falsches sagst, die angesprochene OP wird in Deutschland von der Krankenkasse übernommen. Diese im Ausland machen zu wollen, ist eine persönliche Befindlichkeit. Daher wirkt ihr... Das hätte ich glaube ich ins Video noch mit reinpacken können, aber das hat mir tatsächlich erst nachher... Habe ich erst nachher durch den Chat zugetragen bekommen. Argument mit dem Vergleich, ähm... Der Kommen wird sehr deplatziert. Okay... Also... Ich bin mir nicht ganz sicher, ist das, äh... Also... Ist da irgendein Unterschied bei der OP in Korea oder in Deutschland? Sind in Korea die Krankenhäuser viel besser? Oder warum... Warum kann man die OP... Aber geht die jetzt wirklich nach Nordkorea? Das ist die Frage, die ich mir immer noch stelle. Nicht in Deutschland machen. Das würde ich mich auch fragen. Ich... Da wird Amaya wahrscheinlich mehr darüber wissen als ich. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Also, ne... Amaya will wahrscheinlich zu den renommierten Ärzten. Ja, okay. Amaya möchte nur das Beste vielleicht. Keine Ahnung. Kann sein. Weiß ich nicht. Aber, ähm... Ich weiß ja auch, dass Leute hier irgendwie in die Türkei fliegen, um sich die Haare machen zu lassen oder so. Das... Neitan würde auf jeden Fall nach Nordkorea gehen. Ja, aber warum geht er nicht endlich mal? Neitan... Dich vermisst niemand. Würde in Deutschland wahrscheinlich nicht die Karte... Kleb dich mal vor das Auto von dem guten Kim, und dann schau mal, wie der so mit zivilem Ungehorsam umgeht. Ich würd's dir empfehlen. Ich würd's dir empfehlen. Ich würd's dir bezahlen. Sondern man müsste das irgendwie anders machen, aber... Ja, keine Ahnung. Nachricht, die sie auch einfach hätte ignorieren können. Später beendete sie ihren Sabaton noch vorzeitig mit 57 übrigen Stunden. Was grob umgerechnet... Was gut ist. Ungefähr 1140 Euro entspricht. Und jetzt willst du Amaya sagen, äh... Amaya, du willst doch jetzt mit dem komplett verheulten Gesicht und der miesesten Laune nicht einfach ausmachen. Guck mal auf die Uhr. Uhr. Ich kann nämlich nicht daran erinnern, das gesagt zu haben, oder? Amaya, du musst noch weiter streamen hier. Mh... Das ist halt das... Hab ich das... Hab ich das gesagt? Das ist das Problem an Sabatons, ne? Wenn man sich da verkalkuliert und da irgendwie ne zu hohe, ne zu hohe Zahl an... Äh, by the way, das ganze, das Ende von der Reaction hab ich schon gesehen. Ich glaub so ab hier, wo die Tweets kommen. ...rechnet, dann denkt man auch, ja gut, eigentlich, die Leute haben dafür bezahlt, dass du da weiter sitzt und jetzt sitzt du da nicht. Wie kannst du nur? Ne? Aber andererseits... Aber hab ich doch gar nicht gesagt, oder? Das könnte man auch menschlich sagen, also wenn's dir so schlimm geht, dass du eigentlich nicht mit irgendwelchen anderen Menschen sein willst und dann sagt man, äh, hier... Wie oft das ist, dass man irgendwie einfach nur so ein Fakt aufzählt und Leute dann sagen, ah, meinst du also, dass der Fakt gut so ist oder dass man das hervorheben muss oder dass das was Schlechtes ist? Oder du willst also diesen Lösungsansatz? Das hab ich nie... Kann ich mich nicht daran erinnern. Hier, lass dich aber angucken, ne? Äh, weiß ich nicht, ob man sich da reinversetzen kann in eine Situation. Also ich hatte auch schon Phasen, da ging's mir wirklich nicht gut und da hab ich auch eine lange Zeit nicht gestreamt und deutlich weniger Videos gemacht. 450 Meter lang. Was soll ich damit anfangen? Mach mal bitte wieder was cooles für Kanalpunkte. Mal, ich könnte mir was ausdenken, ne? Irgendwas könnte man dafür mal wieder machen. Danke, Keto Menati. Bisher könnt ihr sie einfach nur sammeln, ne? Wahrscheinlich hat sie danach einen Herr-der-Ringe-Abend gemacht. Später hat... Äh, aus welchem Grund hast du die Stunden genannt? Na, das ist ja immer das Ding. Das hatten wir vorhin ja auch, warum ich erwähnt hab, dass Boris von Morgenstern geimpft ist. Manchmal nennt man einfach Fakten. Mein ganzes Video ist eigentlich nur ein... Ein... Ein Ding, in dem ich Sachen sage, weil ich sie sage. Warum hab ich erwähnt, dass... Keine Ahnung... Warum hab ich erwähnt, was für eine OP Amaya braucht? Warum hab ich erwähnt, dass sie eine OP braucht? Das sind halt einfach nur Punkte, die ich aufzähle. Mein ganzes Video besteht doch nur daraus, ein paar Randpunkte zu nennen. Äh, nein. Macht man nichts, wenn man sich nichts... Was? Ich denk mir nichts dabei. Es geht mir tatsächlich nur darum, aufzuzählen, wie viele Stunden das waren. Also, ich hatte nicht den Plan, da ihr jetzt irgendwie vorzuhalten, wie früh sie aufgehört hat. Ja, ich hab den Joke darauf getimt mit dem Herr-der-Ringe-Abend. Das muss ich zugeben. Den Joke hab ich darauf getimt, aber das vorher war tatsächlich nicht wertend gemeint. Nicht alles, was ich sage, braucht ne Einordnung. Oder, ich ordne nicht alles, was ich sage, ein. Amaya dann noch auf ihrem Twitch-Kanal, ihr Profilbild und alle VODs gelöscht. Und sich auf Twitter folgendermaßen zu der Situation geäußert. Wenn der Druck auf deinen Ohren erst weniger wird, wenn du einfach höher wirst, ist die Seele aus Blei ein Anker für ein Schiff, das niemals schwamm. Poetisch. Das Leben ist hart, wenn man nie eine Chance bekommt. Danke für alles. Daraufhin haben sich anscheinend einige... Der Krug geht nur so lange zum Brunnen, bis er bricht. ...hierer Fans Sorgen gemacht. Und sie schrieb weiterhin... Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich gehe erst, wenn die Welt links und vegan ist. Ich gebe nicht auf, bis die Welt links und vegan ist. Nur bitte glaubt Menschen, wenn sie euch um Hilfe bitten. Ich liebe es. Ich glaube, drei oder vier Kommentare habe ich dazu bekommen. Nicht erst im Nachhinein. Betrauert. Ihr schafft das gemeinsam. Wir sehen uns. Ach und... Wir sehen uns auf der anderen Seite. Sorry. Sorry. Ihr lächerlichen Bastarde. War es keinen manipulativen Grund dahinter? Nein, natürlich habe ich einen berechnenden Grund dahinter. Ich wollte das framen, damit die Leute in ihrem... Damit die Leute daraus... Ja, Hass gegen Amaya ziehen und so weiter. Weil das mein Ziel genau war. Warum ist denn Fick zensiert und Bastard nicht? Weil man das eine zensieren sollte und das andere nicht. Bastard ist okay, soweit ich weiß. Hä? Ach und Nemesis und Co. Guck mal. Ihr lächelt euch. Aber Bastarde kann man dann sagen, oder was? Also... Willst du deine Zuschauer jetzt für dumm verkaufen oder dich selbst... Oder fühlst du dich selbst... Nein, ich versuche einfach nur dir zu erklären, dass man Sachen manchmal sagt, ohne zu sagen... Guck mal. Wenn ich dir sage, die Erde ist rund. Sag ich dann, die Erde ist rund und das ist schlecht oder das ist gut? Nein, ich sage dir einfach, die Erde ist rund. So. Weil ich meine Zuschauer nicht für dumm halte. Das ist actually ein Punkt, den viele Streamer machen. Die würden dir so sagen, ja der Himmel ist blau und das ist gut. Aber... Warum sollte ich das dazu sagen? Bis zu dem Tag, an dem ihr versteht, dass Vogue eins zu eins mit Empathie zu übersetzen ist... Würde ich nicht zustimmen. Ich auch nicht. ...seid ihr moralisch zum Scheitern verurteilt und kämpft auf der falschen Seite der Geschichte. Was soll man dazu sagen? Es wurde aus dem Nichts ein riesen Problem gemacht. Ja, es kann sein, dass Amaya aufgrund ihres langen Streams psychisch bereits ein wenig fertig war. Aber jetzt... Ja, in einem Livestream vielleicht, aber nicht in einem Video. Da hast du dir Gedanken gemacht, warum du das machst. Okay. Danke, dass du auch meine Gedanken weißt, tatsächlich. Also... Ich weiß ja nicht, aber... In letzter Zeit sehe ich dich nur noch im Chat hier am rumbiefen und hier irgendwelche Unterstellungen raushauen. Ich meine, woher willst du wissen, welche Gedanken ich mir dabei mache? Wenn du davon ausgehst, dass ich jetzt lüge, warum schaust du mir denn dann zu? Du hast ja absolut keine Ahnung mehr, wann ich lüge und wann ich die Wahrheit sage. Es bringt dir ja dann gar nichts, mir jemals mehr zuzuschauen. Jetzt noch im Nachhinein die ganz dramatischen Tweets. Schreibt eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Aber... Ja, also generell, ne? Wenn Leute komplett aufgelöst sind oder Leute besoffen sind oder so, am besten denen keinen Zugang zu Twitter geben. Ich habe da auch schon meine Erfahrungen mitgemacht. Also wenn ihr... Wenn ihr... Völlig aufgelöst... Wann war ich das letzte Mal bei dir im Chat? Keine Ahnung, das ist ein Monat her oder so. Aber da hast du auch schon nur rum genervt. Aber bitte bleibt respektvoll. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns bald wieder. Ah, der ist aber schlechter. Der... Der Bien. Warte. Objektiv gesehen schlechter. Was? Rechte Influencer werden woke? Verwirrte Influencer werden verwirrt, aber andersrum. Das ist hier... Geht's da um das Alicia-Video oder was? Ja, das ist das Zimmer, ne? Also da hat die gesessen jetzt... Ja, guck mal, hier ist sie. Okay. Vielleicht kann man das wann anders irgendwann auch mal gucken. Ja, ich glaub, da würde mir eben zustimmen, ziemlich. Euch, ihr Bastarde. So. Ich würd mich freuen, wenn ihr blöden Bastarde auch im nächsten Stream wieder einschaltet und im nächsten Video. Tschüss. Ja, äh... Gute Reaction. Keine Ahnung. Kann man machen. Also... Ich weiß nicht. Ich... Ein paar Sachen haben mich ein bisschen gestört. Aber vielleicht bin ich auch heute einfach ein bisschen müde. Keine Ahnung. Ähm... Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr's gerade auf YouTube seht. Ansonsten... Sehen wir uns in der nächsten Reaction. Schaut bei Tuchu Ball. Ja. 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 Ja.